Schön, wir kommen zu einem ganz besonders lustigen und wunderbaren Aspekt, der wieder einmal zeigt, wie beschränkt der Respekt der schweizerischen Justiz vor dem Recht ist. Die Rechtsstaatlichkeit ist mir ein wesentliches Anliegen, wie Sie wissen, und das ist etwas, das hier wirklich mit Füßen getreten wird. Worum geht es? Es geht um die sogenannte Falschbeurkundung. Jetzt sind wir völlig einverstanden, dass das Urkundenstrafrecht, der Urkundenbegriff, wir haben schon mal etwas darüber gesprochen, nicht einfach, nicht ohne weiteres einfach sind. Das wird nicht vereinfacht dadurch, dass der schweizerische Gesetzgeber neben den unechten Urkunden, also den Urkundenfälschungen, auch noch die unwahren Urkunden unter Strafe stellt, also die sogenannte Falschbeurkundung. Um einen Anwendungsfall von Falschbeurkundung geht es nun hier. Die Banken, die Finanzintermediäre, wie das heisst, in der korrekten Berechtlichkeit, insbesondere eben die Banken, sind nach Artikel 4 des Gelbe-Schrei-Gesetzes verpflichtet, die wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen. Gut, das Erste ist der Finanzintermediär. Das wollen wir einfach sehr deutlich sagen. Der Finanzintermediär, der Finanzintermediär, der Finanzintermediär. Okay. Nicht der Kunde des Finanzintermediärs. Das Bundesgericht sagt nun schon mal sehr rechtsstaatlich zweifelhaft, ja, diese Pflichten, die können auch denjenigen auferlegt werden, die, ganz ähnlich wie beim Finanzmarktaufsichtsgesetz, nicht nur die Beaufsichtigen, sondern auch ihre Angestellten, was weiß ich, im Wurst. Wir lassen das. Man kann das so sehen, wenn man es falsch sehen will. Aber. Zentraler Punkt ist, es besteht die Pflicht des Finanzintermediärs, die wirtschaftliche Berechtigung abzuklären. Das machen die Finanzintermediäre durch ein sogenanntes Formular A. Die Bankchefereinigung gibt eine Modelle vor und basierend auf diesem Modell haben sie typischerweise das Formular A ausgefüllt. Darin steht nun am Schluss, ich weiss, dass sie, wenn ich vor Ort stehe, falsche Angaben gemacht haben, dass das möglicherweise strafbar ist nach dem Strafgesetzbuch, nämlich nach der Urkundenfälschung. Und aus diesem kleinen Absatz leitet nun die Rechtsprechung bis zum Bundesgericht hinauf regelmässig ab, dass ihre Unterschrift, dass den Angaben in diesem Papier erhöhte externe Glaubwürdigkeit zukommen soll. Sie wissen, eine falsche Urkundung unterscheidet sich, eine strafbare Falschbeurkundung unterscheidet sich von einer einfachen schriftlichen Lüge, straflos, dadurch, dass für die Aussage, die getroffen wird, externe, objektive Garantien der Wahrheit bestehen. Diese objektiven externen Garantien der Wahrheit sollen nun gemäss der Rechtsprechung darin bestehen, dass derjenige, der die Aussage trifft, sagt, ich weiss, ich muss die Wahrheit sagen. Das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Die Rechtsprechung gibt ohne weiteres zu, dass normale, einfache schriftliche Erklärungen grundsätzlich keine erhöhte Glaubwürdigkeit haben. Wenn ich sage, ich heisse Mickey Mouse, dann wird es nicht erhöht glaubwürdig, wenn ich es schreibe. Die Tatsache ist, dass ich es schreibe, ist immer noch einfach eine Aussage. Dafür bestehen keine Garantien. Es besteht auch keine gesetzliche Pflicht. Das ist das Lustige. Das bedeutet, übersetzt, es gibt keine gesetzliche Grundlage, die mich verpflichtet, in einem spezifischen Papier, Formular A, die Wahrheit zu sagen. Jetzt sagt die Rechtsprechung, aber wenn du sagst, dass du weisst, dass du strafbar wirst, wenn du jetzt lügst, dann ist das, was du sagst, erhöht glaubwürdig. Das heisst, übersetzt, nichts anderes als, wenn ich es lüge und sage, das, was ich sage, ist erhöht glaubwürdig, dann wird es durch diese Lüge erhöht glaubwürdig. Das ist, was die Praxis sagt. Alleine dadurch, dass ich am Ende einer Aussage noch unterzeichne, ja, mir ist bewusst, ich darf jetzt nicht lügen, es wäre strafbar, wird es erhöht glaubwürdig. Das ist kreuzfalsch. Ich kann nicht durch die Lüge, wenn es nicht durch irgendwelche gesetzlichen Pflichten abgesichert ist, dass ich die Wahrheit sagen muss, dann ist das nicht glaubwürdig. Ich kann lange behaupten, ich werde strafbar. Das ist nicht wahr. Das ist Münchhausen. Ich kann mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, indem ich einfach jede beliebige Aussage zu einer erhöht glaubwürdigen mache, indem ich sage, aha, wenn ich jetzt nicht die Wahrheit sage, dann werde ich möglicherweise strafbar wegen Falschbeurkundung. Obwohl es nicht zutrifft, obwohl diese Aussage nicht zutrifft, wird die andere Aussage dadurch glaubwürdig. Wirklich, wirklich unglaublich respektlos. Zusammengefasst nochmal, es besteht keine gesetzliche Pflicht, für einen Bankkunden die Wahrheit zu sagen in diesen Erklärungen. Die entsprechenden Pflichten nach Geldbeschreibgesetz treffen den Finanzintermediär, nicht den Kunden des Finanzintermediärs. Punkt 1. Punkt 2. Es besteht auch keine vertragliche Pflicht, weil selbstverständlich könnte die Bank sagen, du verpflichtest dich jetzt und so weiter und so fort. Nur damit wird die Glaubwürdigkeit nicht erhöht. Damit werden vertragsrechtliche Folgen eingeleitet, falls ich nicht die Wahrheit gesagt hätte. Okay, der Vertrag kann dann aufgelöst werden, weil sich die Glaubwürdigkeit, externe, erhöhte Glaubwürdigkeit dessen, was ich sage, kann nicht dadurch erhöht werden, dass ich einfach sage, ich schwöre, ich versichere Ihnen wirklich, Madame, dass ich mich im Aus heisse. Das wird nicht glaubwürdiger. Das ist nicht extern. Und das heisst übersetzt, es ist einfach eine Aussage. Die Pflicht und die Arbeit bleiben beim Finanzintermediär. Entsprechend sagt ja auch Artikel 5 zum Beispiel, entstehen im Verlauf der Zeit Zweifel, so muss erneut überprüft, was weiss ich, weil es eben durchaus möglich ist. Es ist die Pflicht des Finanzintermediärs, nicht des Kunden oder der Kundin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017